Das ist eine neue Ausführung, die noch stabiler ist. Kaum zu glauben, wie gesagt, wir haben hier die Gummikurve, die Knotekurve, wie man es auch immer nennt, so, er geht nicht mehr, er fliegt noch, so, steht aus, fliegt leider weiter. Und jetzt Tuberbo. Und wieder das ohne Fernsteuer, dann löse ich die Fernsteuer und dann ist der Heidekopf da. Er fliegt, er fliegt, er fliegt, er fliegt, er fliegt immer noch. Oh, jetzt habe ich gefühlt in die Staubwecke. Er fliegt, 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 er fliegt. Er fliegt, er fliegt, er fliegt, er fliegt, er fliegt. Und jetzt momentan zum Sonderpreis bei uns in der Homepage für momentan, aber nur momentan, für kurze Zeit für 23 Euro so einer. Und wenn man jetzt nicht kauft, ist man total behämmert. Also, grobelus.de, viel Spaß beim Einkaufen. Hallo. Wow. Das war's für heute.